Die Musikante, Finale, Finale, da kommt die Siegerin, ist bereits auf den letzten Metern, läuft herein hier, Eko Laura Dahlmeier, Laura Dahlmeier schnappt sich eine Fahne, gibt es eine Fahne, jawohl, da holt sie sich rein und rennt als Triumphatorin durchs Ziel von Anwalt. Chapeau an die deutsche Mannschaft! Und da können wir dann alle nicht jucken und wir feiern, wir feiern nicht nur das deutsche Team und ein riesen Applaus, die Big Hands on the second place, Platz zwei for the Czech Republic. Approaching the finish line now, Veronika Wittkova. Feiern wir die tschechische Damen und Herren, congratulations! Und schaut einmal dahinter, Vali Semerenko, super, die hätte fast auf die Czech Republic geholt. Bravo, Vali, bravo! Super, Vali Semerenko, und da sind, ist er reingekommen, und da kommt Russland, Frankreich und Weißrussland mit allen Nummer 3. Komm mal schon!